hey leute willkommen zurück zur rainbow six vegas 2 auf gott ja wir sind gerade hier mitten im geballer und wir sehen nichts wirklich wieder da das schön wie sie sehen sehen sie nichts wie sie sehen sind sie nicht meister schütze level 10 habe ich immerhin beendet ich habe mir im fall quasi vom seil in den in den nacken geschossen halten die smog sag ich so lange ich bin tot wir setzen das spiel von gerade eben vor wo auch von gestern besser gesagt wer schießt vielleicht ist jetzt auch der punkt in dem spiel angekommen wo man taktisch spielen soll was macht ihr da was nicht so geballert haben durch die deckung getötet fand ich sehr gut was soll der am lmg da stand doch immer einer mit dem roten barrett ich weiß es nicht vielleicht müssen wir einfach mal weiter vorgehen sie wurden befördert sehr gut ist schön wirklich stolz auf dich also letztes mal beinstanden hier typen mit schild sie sind jetzt auch die habe ich gerade weiter umgelegt er hätte es noch mehr als 2 9 immer links lang hast du schon alles durch hier gut ja die habe ich auch hier weg geholt jackpot ich bräuchte wieder granaten hier bei mir ich habe schon wieder ein erwischt ihr penner geht mir nicht hinterher bleibt weg das ist nicht tot was wenn ich stirbt roter barett arsch hier mal doch und so wird aber das neuer wird granaten und ich habe geld gewonnen hat ja sehr schön freut mich würde ich ja einfach mal hier kisten immerhin stellen gerne als wenn das nicht auffallen würde vor allem immer für uns passendes equipment ist ja nicht nur jetzt überall dieselben magazine und wurde da ist eine halbnackte frau macht ihr an der wand das ist bollywood oder was ich wollte auch sagen das ist oder hinten läuft ist mitgelaufen die bollywood area ab den auch hat sich hat mal den habe ich nicht habe ich muss nachladen wie gesagt des scopes und um schnell meisterschutz level 14 scopes und schneller annehmen das klappt euch immer ganz gut ich kann das hier alles mal so ein bisschen durch was aber ein bisschen wütend genau knapp drüber ich bin tot aber ich habe noch ins gesicht geschlossen ich bin weg noch neun achten auch gerade wo kommen wir her von rechts die kommen die treppe rauf doch machen die ach noch mal granaten holen hast du dich auch granaten gebraucht ja ich höre gleich erstmal die typen hier weg holen auch verpisst euch doch mal michael und john ihr seid kacke keiner will euch keiner mag euch ist das wirklich richtig kacke die blockieren nur so kopfschuss oh mike gibt bedrohungsabschätzung ja alle mike gibt bedrohungsabschätzung ich werde getroffen aber ich sehe nicht von wo die du das ging schnell bleibst du mit in deckung bleiben heißt nicht rauslaufen sondern wir sind nur ein bisschen piken also ein bisschen piken ich würde aber eben für ein bisschen piken getötet warte mal ich meine granaten bitte so ada hat da hat da hat da ane nicht nicht dass er regel nein 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 die sind nein durfte ich doch nicht den am mg habe ich hinten ja ich hab den aber sehr gut er hat mich angeschossen ich muss reparieren nach lernen war nicht ich habe zwei ja nicht geil es war mit sprengstoffe liegt ach gott die haben mich vorsicht vorsehen in der gesicht wo ist der kopf geplatzt ich weiß es nicht alter steht es aus werden der kopf geplatzt geil geil ich stelle ich auf brutalität aber wenn dann ist es geil gut inszenierte wurde brutalität ist immer der köpfe platzen geht immer so ich habe meine ort sagt ist er auch genommen diesmal meint den fehler die stimmten ich gehe aufs kopf jetzt hier sind wir kisten wirklich wo du da hinter der tür direkt wirst du denn so noch mal eine granate holen fertig warte auf mich und unsere jungs sterben wollen wir noch ein bisschen warten und alle selber machen du blockst mich da bedanken wer beinahe gestorben das bin nicht ich da ist noch einer von uns was erkennt ihr halt nicht war okay das war es wohl sie bückt sich jeder liegt sie bedanke sagt direkt die augen noch ich sehe nichts ach wo der tippe weg die augen das ist los die die hockt und der steht was los ach so ich habe nichts gehört aber schon was gesagt die hat sich bedankt hat sie bei dir geredet ja ja bei mir nämlich nicht die hat einfach nur da kommen wir bei mir steht der typ hoch und der liegt nicht bei mir liegt der tot ich muss noch nein ich sterben sterben ist scheiße hast du die gekillt noch den einen habe ich gekillt war doch nicht der letzte das hier sind auch noch mehr den einen hatte ich jetzt sind in der theke dann war es das ja ich habe die treppe ok treppe ist dicht aber die geht's drauf glaube ich so auch wenn mich anzuschießen oha 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 o nein nein doch gott ich habe den türrahmen was wirft der ist so hoch ganz ehrlich doch das ist mir voll auch passiert ist voll kacke auch meine augen oh gott ich bin hier bei dir ich werfe eine granate würde ich sehr nix danke oh ich habe jemanden den habe ich jetzt recht nicht gesehen ich gehe mal hier oben gucken hier ist alles ruhig ist alles im arsch er diese ansiedeln keine wertschätzung jetzt gar nicht durch wir müssen dahin die leute müssen aber auch herkommen lass mich ich habe sie gerade hergerufen das sind unsere ich weiß ich habe auch vorbeigeschossen soll ich mal eine granate werfen nein soll ich nur eine granate werfen nein auf die mecklen computer mache ich jetzt so zack kann man sonst kaputt vorsichtig auch gar nichts ich sehe nichts ich bin einfach nach links gegangen ich gehe mal ins lmg ja die europäische ihr seid alle scheiße in der lmg bitte nicht von meinem lmg umheft zu danken ach gott äh ich fand so total lustig weil er hat irgendwas gehackt und äh alles ist ich habe den monitor ausgeschossen mit dem er gerade stand das ist so wirklich so ich höre halt die reden nicht mehr mit mir hörst du noch was reden nein also wenn wir ruhig bei mir gar nichts mehr also die ich würde nicht reden vielleicht weil sie beleuchtet hast wenn sie auch denken nein mit dem arsch ganz ehrlich reden wir nicht mehr so wartet ich meine ich habe ihnen nur gesagt dass sie in ihrer ausrüstung fett aussehen das stimmt doch auch was für der türladung vielleicht da ist sogar keiner oh hier voll das geile tonstudio oh ja das sind leute guck mal da ist schon einer ob der uns sieht was wer was wow der sieht jetzt gar nichts mehr wiki ok okay warte warte stehen welche wo ist ein lautes buch die höre ist gar nicht ich habe jetzt alle abgestalt und die merken nix schnell ich häng fest die blockieren mich ich bin tot das denkt bitte überlebe das thema töten ich kann mich durchschliefern ich gehe einfach runter okay ich bin tot alter okay okay wir müssen uns also beilen das haben die bestimmt gesagt ja ja aber ich nichts ich bin da jetzt einmal dahinten kommen wir mehr ich sag den jungs das ist das abend soll was passiert und ein okay das müssen die machen dafür habe schon gesagt jemand schärfen bombe kommt die reden nicht bei mir ich höre nichts redet macht das ding kaputt jetzt also warum die was ja jetzt geht dahin okay die machen das schon ich hoffe es klappt doch doch zum profis okay wir dürfen nicht so rein rennen die blockiert schon wieder ihr bleibt jetzt hier bis durch bitte und dann wenn wir die bomben schärfen müssen das ist wieder scheiße ach ja das sind sowieso für die selbstmörder die sitzen hier und hat bis die bombe hochgeht die kacke müssen die sein ja es gibt doch nicht kein mensch ist so fanatisch ich meine ja gut vielleicht manche aber doch nicht 2.000 leute die wir schon getötet haben niemand ist so fanatisch alle alle dämlich warte snakey cam oh gott direkt vor der tür sitzen sinne bei mir Warte, 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 warte. Sag Bescheid, ich schmeiß dir direkt eine Granate. Nein, weg hier auf, die sitzen... Nee, 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 keine Türladung. Geh weg. Geh da weg, bitte. Granate fliegt. Warum hab ich die andere Tür auch genommen, ne? Wow. Ich hab die an die andere Tür gemacht, die Ladung. Bist ein Held. Hast du die aufgemacht, die Tür? Ja, oh, ich bin tot. Lebst du schon wieder? Nein, nein, zwei Sekunden. Oh, Mann. Ey, warte, wir waren doch gerade hier im Checkpoint, ist nicht so schlimm. Aber hast du die Tür aufgemacht? Ja, ich wollte eine Granate ranwerfen. Ach so. Ach, ja, ich komme rein mit der E-Kot. Ja, bitte. Okay. Schmeiß eine Granate. Ach, stimmt. Ach so, was erwischt. Ja, ist tot. Sehr gut, ich bin wieder da. Oh Gott, da schießt die andere. Achtung, ich schmeiß Granate, weg, weg, weg. Ah, zwei erwischt. Wenn er hier sicht, äh. Das war noch nur zwei, ja. Ich sag dem Team, jetzt hier soll eine Blender ranwerfen. Komm, zack. Ich wollte... Hä? Ich wollte an die Kiste gehen. Das war so. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ja, kommt er jetzt mal. Mann, die sind zunächst zu gebrauchen. Meine Fresse. Warte, wo bist du da? Okay, genau. Ihr passt auf jetzt. Achtung. Bleibt uns säubern. Ich habe keine Sprachausgabe mehr. Warte mal hier. Okay, los geht's. Ich weiß warum, hier habe ich ausgemacht. Sprachlautstärke. Ich bin so ein Held, ne? Jetzt höre ich es auch wieder reden. Oh, wow, ich bin tot. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich wollte gerade wegrennen. Ach, deswegen habe ich nichts gehört. Die Sprachlautstärke ist auch für die Ingame-Boys. Ach, was ist das Menü gerade? Ja. Ach so, sorry. Ne, ist nicht schlecht. Ach, okay. Das wusste ich natürlich auch nicht, ne? Wow, wir haben doch reinrennt. Hab aufgeräumt. Ich auch. Ich sehe das doch nicht. Doch, du bist genau vor mich gelaufen. Ich sehe, ich Ego-Shooter. Ich kann mich nicht im Ganzen sehen. Wow. So, warte. Eindringen vorbereiten. Warte. Aufstellung auf nichts. Trägt nur jede Menge Funksprüche rein. Blenden und säubern. Auf, okay. Ja. Ich finde das schon einfach. Das ist das Einzige, was ich habe, was mich mit ein bisschen special macht. Ich knallt gerne. Ich knallt richtig hart und gern. Oh Gott, das sind unsere. Außerdem habe ich ihn ja auch mal. Wir haben ja wieder zwei erwischt mit Streckstoff. Ich mache das so gerne. Ich habe noch mal eine andere Granate. Oh Gott, der hat eine Granate. Ich habe einen Blender. Ich habe auch. Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Oh. Ich habe ihn erlöst. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist geschehen? Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich kann nichts mehr sehen. Oh mein Gott, es tut mir leid. So. Haben wir hier zwei Türen wieder? Ja. Ich gehe mal hier die rechte gucken. Das ist ein Ege. Oh. Sie werden nicht die Namen nehmen. Sie kommen rein und töten mit den einzelnen. Darf ich? Nee, warte bitte. Die haben da eine Geisel. Die will ich retten, wenn es geht. Ich habe auch geliebte Menschen zu Hause. Ja. Ja, das sind sechs Leute. Warte, sieben. Warte. Ich wollte nur gucken. Ja, ja, warte. Blenden und säubern. Warte, ich muss nachladen. Wow. Aufs Dach. Das war einer von uns, von den Swords, war da dabei. Ja, ja. Da ist ein Vorhang. Der Mann hat seine Arbeit richtig gut gemacht, wenn der Swords als Geisel genommen wird. Ja, aber hallo. War da noch nicht Kisten? Oh Gott. Geh nicht vor dem Vorgang. Äh, Vorhang. Vor dem Vorgang. Er ist ein richtiges Ziel. Kann man ja mal durch den Vorgang erschießen. Alter, warum immer auf mich? Bist du tot? Nein. Oh, Blender. Die sehen uns gar nicht richtig. Jetzt bin ich tot. Die sehen uns gar nicht richtig. Finde ich voll lustig. Ich sehe die gar nicht richtig. Ja, so ein bisschen durch den Vorgang. Musst du gucken. Die haben meistens rote Lichter als Visier. Scheiße, er bewegt sich. Oh mein Gott. Ja, glaubt ihr, das ist Moorhuhn oder was? Augen zu und durch. Oh Gott. Ich sehe nichts. Alter, wie oft bin ich jetzt gestorben? Alter, Schwede. Ein paar Mal, weiß ich nicht. Noch ein paar Mal. Wir belassen uns bei ein paar Mal. Wichtig, wir sind sie. Warte. Was ist der? Ab. Oh. Abgeregelt. Oben ist noch unser. Und das. Wow. LMG ist oben. Ab. Ein LMG habe ich. Zweites habe ich auch. Wie, das warst du? Ja. Okay. Alles klar. Wow, da ist noch jemand. Wieder an LMG. Hab ihr habt ihr. Und das wieder einer. Was bedeutet ich richtig? Wir laufen immer wieder ans LMG, die Fenner. Der Marsken verwegt. Ja, zum Level 6 beendet. Bist du das krass? Ja. Du zuschießt die Drums. Wow. Geboot. So. Jetzt geht es aber weiter hier. Was sagt gleich die Zeit? Oh, wir sind drüber. Na gut, Leute. Dann nächstes Mal bei Vicky. Das ist mir gerade so eingefallen. Wir sehen noch die Vegas Brothers Band. Und machen es noch einen schönen Abend. Bis dann. Ja, warte, wir setzen mich hier hin. Ich komme nicht rein. Ich bin zu fett. Oh Mann. Okay. Tschüss. 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 Vielen Dank.